Erste Landshuter Fußballklasse. Im Gymnasium Seligenthal ist am heutigen Montag die neue Fußballklasse vorgestellt worden. Realisiert wurde sie in Zusammenarbeit mit dem Landshuter Nachwuchsleistungszentrum der Spielvereinigung Landshut. Jungen und Mädchen konnten sich schon vor dem Beginn dieses Schuljahres für diese besondere Klasse entscheiden. Statt zwei haben die Kinder drei Sportstunden. Eine davon ist immer mindestens für den Fußball reserviert. Ansonsten gibt es auch Konditionstraining, schwimmen andere Sportarten und wir versuchen natürlich auch in Spiele zu gehen, Trainingslager zu machen und zusammen in Zusammenarbeit mit dem Verein richtig auch Nachwuchstalente zu entdecken und zu fördern.